Liebe Zuschauer von KTV, unser erstes Highlight für Sie im April, Talk aus Garming. Die Konvertitin Schwester Anna Miriam Kaschner ist Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz. Sie erzählt von ihrem Weg in die katholische Kirche, wie katholisch sein in der nordischen Diaspora geht und warum es gut ist als Frau auf ihrem Posten zu sein. Unser Highlight für Sie am 1. April 17.30 Uhr, am 3. April 10 Uhr und am 6. April um 9 Uhr. Schalten Sie ein, wir freuen uns auf Sie!